Hallo, wir stehen vor der Tür des Medical Bay, was auch immer, warum auch immer. Achso, ja, Bucht, ja, wir sind ja auf einem Schiff, ne? Nee, wir sind auf einer Forschungsstation, auf einem Asteroiden, glaub ich. Heute mal ohne Facecam, einfach weil. Und es geht weiter. Wow. Oh, ich dachte, jetzt kommt direkt eine Cutscene. Was ist denn hier passiert? Sind das Spinnenweben oder was? Nee. Die hat die Scheibe kaputte gemacht oder ewig nicht geputzt, kann auch sein. Was ist hier los? Oh. Ist das Garnot? Hoffentlich nicht, sonst ist das eine Sackgasse. Wenn Sie Garnot suchen, dann haben Sie ihn gefunden. Ich bin Dr. Garnot. Ich bin Commander Shepard von der Allianz. Sind Sie in Ordnung? Ja, aber ich bin hier gefangen. Wie Sie halt total entspannt reden. Was hat sich hier abgespielt? Ich ging meiner Forschung nach. Bis zu dem Vorfall. Sie wurden angegriffen. Stimmt. Aber außer meiner Befangenschaft geht es mir gut. Brysons Forschung führt mich zu Ihnen. Bryson schickt Sie? Er ist tot, Doktor. Getötet von seinem Assistenten. Verstehe. Sie müssen mir alles sagen, was Sie über Leviathan herausgefunden haben. Bryson glaubte, er habe einen Reaper getötet. Das ist ein Mythos. Eine Sackgasse. Sie erwähnten in Ihrem Anruf bei Bryson ein Artefakt. Boah. Habe ich? Nein. Doch, Doktor. Haben Sie. Aber jetzt greifen Reaper Streitkräfte an. Ich hole sie raus. Wir nehmen das Artefakt und verschwinden. Reaper. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Die Dunkelheit? Weshalb die Verfolgung? Doktor? Boah. Lassen Sie das Artefakt in Ruhe. Mein Besitz bleibt hier. Glaube nicht, dass wir mit Galno sprechen. Sie haben einen Reaper getötet. Ich brauche Ihre Hilfe. Wie Sie den Leviathan jetzt sieht's. Das gibt's ja nicht. Warum kann ich mich daran nicht erinnern? Ich bin gerade total buff, wie lückenhaft mein Gedächtnis ist. Ist es schon soweit? Mach mal schneller. Mach mal schneller. Jemand hat die Energie gekappt. Ja, Tür geht trotzdem auf. Verschwinden Sie. Warten Sie. Wir müssen vor ihm bei dem Artefakt sein. Er sagte, es sei in den Minen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Okay. Minen. Minen. Bin ja mal gespannt, was das für ein Artefakt ist. Los Garno's Notizen haben wir einen Navi-Punkt für das Artefakt. Laut meiner Karte gibt es an der nächsten Bahnstation eine Wartungstür. Anscheinend wollen wir nicht als einzige dorthin. Hey. Ich wäre besorgter, wenn da keine Reaper wären. Okay. Wow. Ah, shit, Ikovsky. Ah. Nein. Voll daneben. Oh, oh. Okay. So, nachladen. Ich glaube, das Spiel tut jetzt gerade wieder nur so, als wären wir voll unter Zeitdruck. Okay, hier ist nichts. Na, super. Ah. Massenimpuls-Rückstoß-System. Ich finde es ja schön, dass sie die Waffen-Mods wie im ersten Teil wieder ein bisschen zurückgeholt haben, weil im zweiten Teil war da hingehend irgendwie ein bisschen sehr wenig unterwegs. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Ich kann nicht hier runter. Ja, aber das bringt mir nichts. Kann ich hier runter? Nein. Kann ich... Das ist jetzt irgendwie lame. Ich kann hier weiter... Ach, hätte ich da doch irgendwie weitergekonnt. Hier so... Hier so drauf. Ich muss mir das merken, dass man hier hochklettern kann. Oh, shit. Oh, daneben. Also, ich muss ja sagen, dieses Scharfschützen-Gewehr macht mir sehr viel mehr Freude als das andere. Weil... Wow. Was war das? Weil es halt einfach schneller nachles... Also, beziehungsweise, weil es mehr Munition hat. Äh, was bist du denn für ein Ding? Verwüster. Achtung, Feinde auf dem oberen Balkon. Okay. Okay, wir brauchen wieder die Panzer brechen. Flanke. Feige Flanke. Jetzt haben wir wieder Schildtypen. Das nervt ja. Okay, jetzt sind wir wieder... Jetzt werden wir wirklich flankiert. Spiel hatte recht. Komm hoch mit dem Korpus. So. Ich werde beschossen. Mal wieder von der Seite. Warum kann ich jetzt nicht... Wieso kann ich jetzt nicht... So. Der ist noch am Leben. Komm schon! Okay. Okay. Was kreischt da so ätzend? Och ne, nicht so ein Vieh! Banshee! Ach du Scheiße! Die hat eine Barriere. Was haben wir gegen Barrieren? Oh, Disruptor-Munition. Passt ja eigentlich. Okay. Ähm... Das Problem ist halt, wir haben nicht so wirklich was gegen Barrieren. Fällt mir grad so auf. Ich mein, wir haben immerhin... die Disruptor-Munition. Ist besser als nischt. Oh, fuck. Warum müssen das denn auch gleich zwei sein? Das ist nicht ein bisschen übertrieben. Kopfschüsse interessiert die auch nicht, oder? Hi. Okay, jetzt hab ich ein... Die muss jetzt sterben. Oh, fuck! Die explodieren, wenn die sterben? Alter Schwede. Oh, okay. Oh, nee. Ich will jetzt aber nicht den ganzen Kampf nochmal machen. Nee, okay, es kommen nur die... Doch! Oh! Okay, wir brauchen echt dringend... Wir brauchen echt dringend mehr... ...mehr coole Fähigkeiten gegen verschiedene... ...Schutzarten der Gegner. Wie wär's mal mit wegsterben, du hässliches... ...Achtung, Feinde auf dem oberen Balkon! Auf unsere Flanke achten! Ja, das sind dann irgendwie so... ...so Belagerungswaffen oder sowas. Wo kommt das her? Ja. Ja, ich muss sagen, der Schwierigkeitsgrad ist deutlich... ...knackiger. Ich sag mal, ich hatte doch auch mal sowas wie... Boah, ey. Okay, pass auf. Geh du mal. Na, da kann er nicht... ...da kann er nicht schießen. Das ist Mist. Sieh, äh... So. Stirb halt! So, jetzt kommen... ...letzendes Vieh. Komm ran! Wer ist da hockt? Boah, ich raste aus. So. Schichte. Oh, jetzt kommen noch Husks. Ey, mega jetzt, ne? Okay, wir müssen einfach mehr... ...wir müssen einfach besser treffen. So, jetzt kommen die Banshees. Ähm... Genau, du gehst mal... ...bisschen vor, dass du besser schießen kannst. Und wir... ...kümmern uns... ...mit der taktischen Tarnung. Na, aber die taktische Tarnung bringt irgendwie nicht so viel. Ja, die... ...die porten sich halt ran, die Viecher. Die sind ja richtig ätzend. Boah, sind die ätzend. Ähm... Okay, was machen wir da? Vielleicht mal die Schrotflinte? Ich... Gerade bin ich echt... ...hab ich echt... ...okay, folgendes. Ähm... ...wie sie halt auch nicht... ...ne, das geht ja gar nicht. Was ist das denn für eine Stelle? Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Wie ätzend das wohl war? Boah. ...hatten wir bisher nicht so oft in der... ...in der Spielreihe, dass wir da irgendwie überfordert gewesen wären. Äh. Okay, ähm... ...warte mal. Ach, Mann! Nee, die sind ja so ätzend, die Dinger. Und Treffen tue ich auch nicht. Wow. Also gerade versage ich echt auf ganzer Linie. Ihr kommt doch mal ran hier. Was ist denn mit euch? Warum kauert ihr denn da hinten? Liera, was machst du da hinten vorne eigentlich? Gerade? Läuft bei mir. Ich fühle mich halt gegen Barrieren und Schilde ein bisschen hilflos. Wir könnten mal die... ...eismunition probieren. Achso, Feinde auf dem oberen Balkon. Oh, es ist halt... ...undere Flanke achten! Nee. Nee, nee, die Disruptor ist schon am besten. So, ähm... Genau, wir haben Splittergranaten immerhin. Boah, dieser Recoil von... ...von der Waffe ist aber auch echt hart. ...kommt. Komm. Boah. Nee, der Hinterhock, das regt mich voll auf gerade. Ich krieg grad einen richtigen Hals. Komm, ran da! Was ich treffe. Und man kann da ja auch nicht hin. So, wenn jetzt gleich die... ...die Banshees kommen... ...ich weiß halt ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie ich mich... ...wie ich mich hier platzieren soll, weil die kommen halt... ...die porten sich halt einfach ran. Und dann muss man gucken, wo man bleibt, ne? Okay, pass auf. Noch eine Splittergranate. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Komm. Okay, die Barriere ist weg. Ducken. Jetzt portet die Alde sich ran, da. So, jetzt ist sie bei meinem Team. Das ist gar nicht gut. Ähm... Im Prinzip... ...müssen wir halt vor allem... Guck. Die... ...die fetzt die einfach weg. Die fetzt die einfach weg. Pass auf, wir machen mal Gruppenheilung. So, jetzt ist... Äh, was? Schon wieder down, oder was? Scraims? Okay, folgendes. Ähm... Das interessiert die auch überhaupt nicht, wenn Liara ihren Starse-Ding macht, da. Rob vielleicht? Nö, das interessiert die auch überhaupt. Okay. Ist gleich tot. Okay, wir haben eine. Wir haben eine. Es war halt eben anscheinend einfach eine schlechte Position. Ähm... Wir versuchen es mal mit einer anderen Waffe. Okay, wir haben die falsche Munition drin. Ich merke schon. Okay, voll. Komm. Die sind mit denen es echt überhaupt nicht zu spaßen. Ich merke das schon. Okay. Ah, ja, genau. Fetzt mich noch... ...in Stücke. Alter. Okay, da sind noch mehr Gegner. Ähm... Ne, warte. Ich will... Nein, falsche Waffe. Ey, ist doch jetzt mal gut. Okay, vorrücken. Ähm, ja, ihr bugt auch überhaupt nicht rum, oder so. Hä? Wieso schieße ich durch den Husk durch? Ach so, aber explodieren kann er. Alles klar. Ich verstehe schon, wie der Hase läuft. Da ist noch ein Schmini-Viech. Wie die alle nur rumstehen und nichts machen. Komisch. Das Spiel verhält sich gerade ein bisschen komisch. So, neue Granaten für... ...für James. Stolen-Schädel-Trauma-System. Ähm, hätten wir hier überhaupt hingemusst? Ja. Okay. Oh, Leute. Was zum Teufel war das? Die Energieversorgung der Tür wurde wohl unterbrochen. Ich sehe die Problemstellen. Die Drohne könnte das erledigen. Wir müssen sie eskortieren. Leider ist die Drohne beschädigt. Sie hat nur begrenzt Energie. Dann sollten wir uns beeilen. Jo. Drohne. Wir sind Stufe 33 geworden. Und wir werden das auch direkt mal nutzen. Das Spiel kneift uns ja gerade doch ein bisschen im Arsch. So, wofür ist denn Sabotage gut? Synthetische Wesen-Hacken. Ja. Nahkampf ist okay. Finde ich jetzt aber irgendwie nicht so cool. Ich meine, wir sind... Wir sind halt Sniper eigentlich, ne? Was sollen wir mit Nahkampf? Ähm. Ja, wir haben nicht genug Punkte. Sabotage. Schön und gut. Stase. Hintet ein Feind, dann weitergehen. Hm. Nun. Panzerungsschwächen. Das finde ich gut. Nur ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie man den Leuten sagt, dass sie ihre Munitionsart ändern sollen. Reparaturen eingeleitet. Jetzt müssen wir die verteidigen, die Drohne. Oh, shit. Okay. Okidoki. Ja, ungünstiger Platz anscheinend. Ey. Okay. Fetz. Eine Reparatur abgeschlossen. Noch eine. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Wo ist die Drohne? Verstanden. Wo ist die Drohne? In der Nähe der Drohne bleiben. Wo ist sie? Mach ich. Shepard, wir müssen immer noch diese Drohne eskortieren. Oh. Ihr hattet gar nicht mehr in Erinnerung, dass das Spiel doch ziemlich knackig sein kann. Boah. Boah. Wir sollten uns beeilen. Ja. Ist ja gut, Vega. Ist ja gut. Oh. Du hässliches. Stirb. Oh. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich hab's nicht so gemeint. Ich hab's nicht so gemeint. Shit. Okay. Jetzt ist... Boah. Soll ich denn machen jetzt mal ohne Schild? Kinder, 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 Kinder. Das ist ja nicht mehr witzig. Aber schon wieder? Wie wird's verletzt alles? Okay. Ist noch einer? Komm. Ja, genau. Okay. Ähm. Ich glaube, das Spiel hasst mich. Die Krone muss da rüber, Steffert. Ich war... Was soll ich denn machen? Okay, pass auf. Das ist eine ganz gute Stelle. Hm. Das bringt's überhaupt nicht. Okay. Panzerung. Wehe. Die kommt jetzt hier hin. Wehe. Impulse. Deine Mutter ist online. Oh. Was ist das jetzt? Was ist das? Ich will das nicht haben. Was auch immer es ist. So. Okay. Wir haben's irgendwie geschafft. Boah. Dieses schwerfällige irgendwo hin... Irgendwo hochklettern, ne? Das trägt jetzt auch nicht gerade zur allgemeinen Entspannung bei. So. Och, ne. Nicht in die Luft sprengen. Das ist unhöflich. Verdammt. Es ist weg. Ne, es ist kaputt. Oder es ist weg. Oder es ist kaputt. Oder es ist weg. Oder es ist kaputt. Ich weiß nicht. Heilige Scheiße. Commander. Sehen Sie sich das an. Was haben Sie? Das war nicht Garnon. Sondern das. Ach, wirklich? Sieht aus, als wäre er schon eine Weile tot. Leviathan kann also Bryson töten lassen. Diese Kolonie übernehmen. Und alle als Marionetten benutzen. Ich bin es merkwürdig. Noch irgendwas brauchbares? Verschlüsselte Daten und ein persönliches Log mit acht verpassten Anrufen von einer Doktor Anne Bryson. Anne Bryson. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich bin Commander Shepard. Alles in Ordnung? Ich glaube schon. Ich fühle mich komisch, aber in Ordnung. So, jetzt erstmal ein paar Sachen fragen. Erkennen Sie diesen Mann? Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Jemand hier hat ihn getötet. Jemand hier? Wie ist das möglich? Es tut mir so leid. Können Sie mir irgendwas darüber sagen, was hier passiert ist? Nicht wirklich. Ich erinnere mich. Es war kalt. Ich erinnere mich an das Gefühl. Kalt und dunkel. Wenn dunkel ein Gefühl ist, habe ich genau das gespürt. Okay. Dieses Artefakt. Wissen Sie, woher es kam? Es kam aus der Mine. Genau. Die Zentrale sollte jemanden schicken. Und an mehr kann ich mich kaum erinnern. Cortez, wie ist die Lage? Was war das denn? Können Sie das Shuttle herbringen? Positiv. Sehr seltsam. Vor ein paar Minuten sind die Reaper-Streitkräfte einfach abgezogen. Reaper. Was ist ein Reaper? Welches Jahr haben wir Ihrer Meinung nach? 2.176? 2.176 war vor 10 Jahren. Was? Nun. Arrangieren Sie für diese Leute eine Evakuierung in vorübergehende Quarantäne? Das ist immer so, wie wenn man ein Spiel ziemlich ausgiebig gespielt hat. Keine Erinnerung an die letzten 10 Jahre. Da haben Sie aber viel nachzuholen. Das ist auch plötzlich 10 Jahre später dann. Dieser Leviathan kann also Reaper töten und Leute indoktrinieren, was? Könnte er selbst ein Reaper sein? Wenn er ein Reaper ist, will ich wissen, was er vorhat. Wie lange ist er schon da draußen? Und noch wichtiger, warum? Edi, haben Garnows Notizen etwas ergeben? Ja. Garnow hat wohl einen Weg gefunden, die Gedankenkontrolle durch das Artefakt zu blockieren. Das Artefakt scheint der Schlüssel zu sein. Sieht so aus. Wenn ich wieder in Brysons Büro gehe, sind Sie dabei. Jawohl, Commander. Ich will wissen, was zum Teufel diese Artefakte wirklich sind und was sie können. Sie sind mächtig, was sie auch sind. Und gefährlich. Und eines davon liegt direkt hier mitten auf der Citadel. Okidoki. Sie sollten mal bei Cortis vorbeischauen. Okay. Äh, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil wir so mitten rausgeworfen wurden. Miranda Lawson will uns sprechen. Ich habe von ihrem Aufenthalt bei der Allianz gehört. Ich kann mir vorstellen, welchen Unsinn die sich ausgedacht haben, um sie festzuhalten. Wir sollten reden. Persönliches Sicherer. Sie finden mich auf der Citadel. Buch D24. Ja, Miranda. Ich weiß ja nicht. Ähm. Okay, folgendes. Wie sieht es jetzt aus? Was müssen wir jetzt machen? Logbuch. Äh, Leviathan. Kehren Sie in Brysons Labor zurück. Okay. Aber was ist mit Cortis? Bloß nicht. Sie sind überall. Du würdest nur auch drauf gehen. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Bleib bei mir. Lauf. Du musst da weg. Du kannst es schaffen. Nein, das kann ich nicht, Steve. Aber du kannst es. Versprichst mir. Ich liebe dich. Aber ich kenne dich. Du musst loslassen. Versprichst mir, Steve. Nein. Nicht. Was ist da los? Ich liebe dich. Aber ich kenne dich. Du musst loslassen. Versprichst mir, Steve. Ach, nee. Nein. Nicht. Tut mir leid. Ich habe sie nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von Ferris Fields. Vor sieben Monaten. Ich habe dabei viele Freunde verloren. Und mein Mann. Hm. Ich habe getrauert. Einen Frieden gemacht, wie er es gewollt hätte. Hm. Sie haben während des Angriffs mit ihm gesprochen? Ich überwachte Bauarbeiten in einer Station einige Klicks südlich der Hauptkolonie. Robert schaffte es aus dem Energiefeld der Kollektoren. Anstatt wegzulaufen, lief er mich an. Oh. Herzliches Beileid. Er hat sie offensichtlich sehr geliebt. Er hatte Angst, ich würde nicht loslassen. Für ihn habe ich weitergemacht. Dachte. Dann kam die Invasion. Es blieb keine Zeit. Und was nehme ich mit? Das hier. Wozu sollte man sein Leben weiterführen, wenn sowieso alles den Bach runtergeht? Wenn Sie so denken, haben wir schon verloren. Ja, das stimmt, aber... Also... Ehrlich gesagt... Ich war noch nie so allein wie jetzt. Oh Mann. Sie sind nicht allein. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Das weiß ich zu schätzen, Shepard. Wirklich. Aber keine Sorge, Commander. Im Pilotensitz gebe ich 100%. Ich enttäusche Sie nicht. Schwer ist nur die Zeit zwischen den Missionen. Wissen Sie? Ich weiß. Oh. So. Haben wir jetzt eigentlich irgendwas Cooles, Neues? Wenn wir übrigens keinen Helm tragen, ne? Dann haben wir keine Gesundheitsverstärkung. Fällt mir gerade so auf. Das ist schlecht. So. So. Schildregeneration. Schultern haben wir keine. Oh. Nahkampfschaden erhöht. Wir benutzen keinen Nahkampfschaden. Dann können wir eigentlich... Bringt das Material irgendeine Unterschiede? Nein. Okay. Wusste ich gar nicht, dass das auch Auswirkungen auf die Stats hat. So. Was haben wir noch? Wir brauchen... Warte mal. Was ist denn jetzt im Moment eigentlich nochmal unsere Waffe? Die Mantis nicht, glaube ich. Ja. Wir haben alles eigentlich abgegradet. Wir haben neue Waffen-Mods bekommen, glaube ich. Dann müssen wir mal gucken, ob da irgendwas Neues dabei ist. Hier haben wir jetzt einen dabei. Das ist dieser Kopfschuss-Schaden. Das ist vielleicht nicht schlecht. Hochgeschwindigkeitslauf-Rückstoß-System. Ja, sowas hätte ich ja gerne für meine... Und meine Schniepel-Gewehr. Präzisions-Gewehr-Lauf-Verlängerung. Reserve-Thermo-Magazin. Ach, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. So, das ist, ähm... Erhöht Schaden. Erhöht Stabilität. Aber Schaden erhöhen ist auch geil. Vielleicht sollten wir mal die... Ich glaube, wir hatten ja mehr als genug Munition eben. Verbessert Konzentration. Ja, wir... Vielleicht ist das ja auch ganz geil. Aber wir probieren das mal. Dass die Welt sich verlangsamt. Um uns herum. Okay. Ja, soviel dazu. Und, ähm... In der nächsten Folge werden wir dann... Wieder auf die Citadel zurück ins Labor. Und... Uns auf jeden Fall ansehen, wie wir jetzt diesen Leviathan finden. Bis dahin. Ciao.